Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Watch Dogs. So, wir sind hier von diesen Typen da, den wir in dessen Part kennengelangt haben. Beauftragt worden hier was zu machen und ich soll mir scheinbar diesen Van da drüben organisieren. Wenn ich mir das so betrachte, dürfte es nicht einfach werden. Ich habe da etwas gesehen, was aussieht wie ein Scharfschütze. Tierliebhaber. Ich will hier mal ein paar Verwirrung stiften und ansonsten halt mal einfach gucken, was wir hier so haben. So, und gehen wir mal raus. Mal den wohl jetzt gerade ausschalten können, ohne... Zack. Natürlich geht das. Hey, ich kann dich sehen. Komm mal raus. Prima. Das habe ich gar nicht gesehen. Da war noch... Was habe ich denn hier für eine... Scheißknache gerade. Ja, super. Nein! Ich verflüß mich hier erst nochmal wieder raus. Holla, die Waldfee. Da geht ganz schön was hoch. Ja, das ist weit weg von mir. Das ist ja natürlich... Wo ist denn der Spast? Da muss doch irgendwo ein Spast sein. Moment. Wo war denn jetzt hier das Scharfschütze und... Und... Hallo? Oh nein! Komm schon! Komm schon! Was machst du denn für... Faxen? Wer hat denn da auf mich geschossen? Geh mal da schnell rüber. Ach, das ist ein MG mit... Mit nem... Zielfernrohr. Klar, ich dachte es wäre... Ich dachte eigentlich es wäre... Scheiße, weg hier! Weg, 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 weg. Und hier mal... Aha, ich muss also erst durchgucken. Oh, fuck. Ah, da oben. Gut, der wäre erledigt. Okay, irgendwo muss wohl noch einer sein mit... Mit nem... Fetten... Sniper. Ich sehe halt aber auch nirgendwo irgendwie was. Hä? Ist der... Nicht erreichbar? Dummerweise halt... Oh man. Ich geh mal woanders hin. Kurz nachladen. Jesus, das ist gut! Oh, go, he's schuldet! Ja, ja, ja. Ich weiß, dass ich ne Waffe hab. Lass mich doch. So muss das sein. So, ich bin ja jetzt theoretisch ganz woanders. Sie dürftet mich ja jetzt eigentlich gar nicht mehr... ...so schnell sehen. Theoretisch bin ich doch jetzt erstmal unsichtbar für euch. Ich versuche es nämlich mal von vorne. Ich dachte ja eigentlich, ich könnte jetzt vielleicht mal hier... Das gibt's doch nicht. Ha, ja. Ist ja aber auch alle schön... In die Deckung hüpfen und alles. So, der ist... Der ist erledigt. So, gibt's hier irgendwo? Irgendwie... Irgendwas? Komm, weg hier, weg hier, weg hier, bevor das Ding hochgeht. So. Ach, nein. So, da oben stand der noch. Das haben wir natürlich hier irgendwo noch. Wobei... Ich muss dann vielleicht doch mal... ...habe ich jetzt nicht gerade. Ach, komm schon. Dreht doch nicht alles. Immer so... ...sau dumm. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Holla, die Waldfee. Nicht so einfach. Dachte mir ja eigentlich, ich könnte jetzt einfach mal... ...gucken, dass ich diesen... ...dem ich den Transporter mal jetzt einsacke. Jetzt probier's aber... ...von hier. Das ist halt doof. Da muss doch einer... ...dachte mir ja eigentlich... ...hier, weg hier. Also... Oh nein. Oh... ...nein. Das gibt's doch nicht. Ich trottel... ... bin nach innen... ... TS... ... und werde jetzt hier angestopst. Ja, super. ... aber das kann passieren. Dummerweise... ...da so ist. Aber egal. So, ich hoffe mal... ...also die Aufnahme läuft auf jeden Fall noch. Ich hoffe mal, dass es... ... ich habe visual Kontakt mit dem Target... ... schießt doch einfach. Ah. Mensch, es ist kinder. Nein! Verdammt! Das hat mich jetzt so durcheinander geworfen. Das gibt's doch nicht. Komm schon. Leck mich doch am Arsch. Super. Ich soll diesen Truck hier... ... klauen, ne? Super. Könnt ihr mal aufhören, mich zu entdecken? So. Du hast halt abgeschossen, ne? So. Boden. Komm schon, ich ballere den... Ach, die haben... Die haben eine scheiß Panzerung. So. Genug. Ich renne jetzt einfach mal hier weg. So. Könnt mich mal. Alle miteinander. Meine Fresse. So, wisst ihr was? Ich versuch jetzt einfach hier diesen Truck weg zu... Fahren, so. Liefert jetzt den Truck ab. So. Ihr könnt mich mal. Fuck. Alter. Alter, wo bin ich denn dagegen gefahren jetzt? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Da oben, aber... Ja, komm. Hör dir mal auf. Mich abzudrängen. Abdrängen ist hier so die Lieblingsbeschäftigung von allen, ne? Meine Fresse. Was mich hier noch viel mehr ärgert ist, äh... Dass ich hier sie gerade angestupst wurde. Und zwar war es ja eigentlich ziemlich doof eigentlich. Ja. Egal. Egal. Töten sie alle, die Lieblingsmitglieder oder fliehen sie. Ach, ich darf jetzt hier schon nicht mehr weiterfahren mit diesem Truck. Meine Fresse. Ich fliehe hier mit dem Boot. Ich hab keine Lust hier, äh, groß... ...die Leute abzuschießen. Komm. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. So, ich denke mal, mit dem Boot dürfte das ganz gut klappen. Das hatten wir ja schon mal, dass mit dem Boot die Flucht sehr gut geklappt hat. Oh. Komm, komm wieder runter. Komm, bitte. Komm wieder runter auf den Fels. Ich habe gerade nämlich woanders hingeguckt und bin deswegen... Der ist aber auch schlecht zu sehen. Dass man so sagen darf. Gut, so die Flucht zu Wasser ist wohl hier echt relativ einfach auch. Weil einfach keiner am Wasser, äh, ins Wasser kommt. Gut, der hätte mich jetzt gleich nochmal entdecken können, aber... Lass es nicht, er ist weg. Lass den Kuchen. Gut. Alle erledigt. So, haben wir sonst noch was zu tun? WTF? W-T-F? Nicht euer Ernst. Ich bin nicht gerade so schön hier abgehauen und dann heißt es auf einmal, der Truck wurde zerstört. Leckt. Mir doch den Hintern. Ganz... Zwar ganz hart. Ja, da dürften die doch wohl nicht mitkommen, oder? Lass die aber auch von allen Seiten wieder kommen, Mensch. Mensch, 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 du. So, hier dürfte doch wohl keiner nachkommen. Ja, 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 genau. Die spawnen einfach da oben, wa? Die spawnen da einfach, was? Oh, Mann, wo hänge ich denn jetzt hier? Hat er jetzt... Jetzt... Ja, toll. Super. Toll. Jetzt bin ich wahrscheinlich gleich umzingelt. Super. Abhauen... Ich glaube, mit abhauen wird das nix mehr. Sache mit dem... Ich hab doch gerade eine schwerere... Waffe... So, ist sonst noch jemand? Was noch jemand ohne Fahrschein? So. Genau, da fliegt jetzt ne... Granate her. Wie gesagt, ich hab schon mal erwähnt, dass ich diese Granaten hier... ...zimmig hasse. ...zimmig hasse. ...zimmig hasse. ...zimmig hasse. ...zimmig hasse. Komm schon, zeig dich. Und gut ist. ...zimmig hasse. Ja, komm. Ich kann dich nicht treffen, aber du mich. So, das mag ich ja ganz besonders. Mann. Alle weg. Gut. Dann holen wir uns da mal so ein Auto. Sonst noch irgendwas zu tun? Ah, endlich haben sie es geschafft. Wunderprächtig. Akt 3. Mission beendet. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal noch kurz nach den Skill-Punkten. Vielleicht können wir irgendwas noch einsetzen. Ja, das machen wir auch jetzt sofort. Oh, ja, bin schon direkt im Skill-Baum hier drin. Was könnte man machen? Irgendwas war ja da, wo ich mir überlegt habe, das könnte man ja unbedingt mal machen. Mal gucken, was haben wir hier. Das ist... Jetzt hat der Fokus. Kritischer Fokus. Fühlt ihren Fokus bei kritischer Gesundheit auf. Okay. Was haben wir hier? Scharfschütze. Ruhigere Ziel mit Scharfschützengewehren. Okay. Das kann ich noch nicht machen. Was haben wir denn da? Erhöht die Tragkapazität für Sprengstoffe. Kostet 3. Wie viele Punkte haben wir? Wir haben 7. Und schauen wir mal, was wir sonst noch machen können. Ach, ich kann nur über Escape zurück. Ich dachte, ich könnte da auch draufklicken. Was haben wir hier? Geldautomaten, Hackboost. Ich hätte gerne noch diesen da. Das kostet aber 7 Skill-Punkte. Mal gucken, ob wir vielleicht noch was anderes haben, was wir unbedingt gleich machen sollen. Nagelsperren, kann man heben und senken. Was haben wir hier noch? Man könnte hier Präzisionsfahrer. und Geländefahrer. Ne, bin ich jetzt mal noch nicht so begeistert von. Was haben wir hier? Ja, bin ich gerade noch nicht so ganz begeistert von. Also nicht so ganz so. Hä? Ich würde ja mal sagen, man könnte eventuell mal. Was haben wir da? Verbesserter Fokus. Ich mach mal das hier. Das nehm ich. Und den... Den weiteren Akkupunkt. Den nehm ich auch. Wunderprächtig. Dann haben wir jetzt unsere Skill-Punkte verbraucht. Und ich würde sagen, schauen wir mal, ob wir irgendwo noch hin können. Verstecker. Ach, wir haben hier sogar auch ein Versteck. Da sind wir gar nicht weit weg von wahrscheinlich. Ja, doch ein Stückchen. Aber da gehen wir jetzt hin. Und da werde ich jetzt den Part beenden. Und... Mal schauen, was es dann im nächsten Part zu tun gibt. Noch haben wir... Ich glaube, kein Anruf. Aber... Ist auch wurscht. Wir gehen jetzt hier einfach mal rein. Nein, 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 nein. Der Bunker hat einen Ruhe gemacht. Welches Kind von Ruhe? Es ist online. Einige Leute haben es gesehen. Skript-Kittys, die ich meistens. Nichts, was zu worry about. Ich werde sicher, dass sie raus bleiben. Wir haben ein paar Mal geprobt. Pröbt? Es gibt nur einen, der mich überrascht. Sein Name ist Default und er ist sehr gut. Ich werde ihn sehen. Let me know, ob er ein Problem wird. So. Jetzt mal schnell auf Ausruhen drücken. Und schlafen und dann wird nochmal gespeichert. Und im nächsten Part geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.